Aloha, ihr wunderschönen Seelen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ein neues Orakel der Liebe. Und wir fragen mal die geistige Welt, welche Impulse wir hier bekommen. Wie geht es hier weiter, wenn du jemanden hast, was fühlt dieser Mensch für dich oder wie geht es ihm oder ihr? Hier haben wir den Ritter der Münzen. Was haben wir hier noch? Ach, der Münzen. Münzen, Münzen. Münzen sind ja auch immer Gelegenheiten, die sich hier vielleicht auftun oder dir sich antun oder sich hier dir zeigen. Dann haben wir hier den König der Kelche und die Fünf der Kelche. Die drei der Münzen. Und das erste Münzen. Sehr gut. So. Oh, und die vier der Stäbe ist auch schön. Sehr schön. Ja, so geht es weiter. Und unter dem Deck haben wir die sieben der Stäbe. Da ist jemand siegesgewiss. Da möchte jemand wieder sich neu ausrichten. Die Leere, die Vergangenheit hinter sich lassen. Das kann jetzt für dich stehen, das kann für den Menschen stehen, für die hier guckst. Schau mal rein, fühl mal rein. Wir haben hier an den Stäben, das sind immer Hoffnungschancen, Möglichkeiten. Da wachsen hier schon die Blätter raus. Und das Neue möchte kommen hier in dein Leben. Möglich, dass es hier eine Zeit des Darbens gab oder der Entbehrungen. Er steht ja hier auch im Oberkörper frei. Er zeigt sich hier auch sehr ehrlich. Ohne Schutz, ohne Masken. Und er schaut auch zum Himmel. Also er empfängt hier die Botschaften des Himmels, der geistigen Welt und der schicksalshaften Führung. Vielleicht auch der Engel. Und dieser Mensch kommt hier in die Kraft. Oder er ist schon wieder in der Kraft. Oder er ist auf einem guten Weg, wieder in die Kraft zu kommen. Vielleicht ist er hier auch auf diesen Berg geklettert. In der letzten Zeit. Manchmal muss man halt mühsam immer weiter, immer weiter, höher, höher tun, machen. Und dann hat man aber von oben eine wundervolle Aussicht. Und eine gute Einsicht. Was hier so knackst, knäckert, das ist mein Kamin. Also wundert euch hier nicht. Hier möchte jemand mit einer Aufgabe kommen zu rein, auf dich zu kommen. Es kann auch sein, dass hier jemand in dein Leben kommt, der so, nur als Beispiel, kannst du mal mithelfen hier beim Umzug oder so. Oder kannst du mal mit bei der Inventur helfen oder so magst du mal mit Blumenkranzflechten hier für eine Bekannte oder so. Also solche Sachen kommen hier gerade rein. Also es kann sein, dass hier so ein bisschen so ein Vorwand vorgeschoben wird, um hier mit dir etwas zu machen. Oder um wieder hier wieder auf dich zuzukommen. Ein Angebot in Freundschaft, in Frieden. Es kann auch erstmal freundschaftlich sein. Wir haben hier ein bisschen diese dunkle, karge Landschaft drumherum. Das Pferd steht schon startbereit. Er zeigt dir hier, guck mal, ich habe hier die Möglichkeit für uns. Die habe ich schon in meiner Hand. Und ich sitze schon auf meinem Pferd und setze mich jetzt in Bewegung. Das ist wie so eine kurze Message. Hier, Achtung, ich komme. Kann ein bisschen dauern. Wer weiß, wie weit der Weg hier ist mit seinem Pferdchen. Aber ich bin schon auf dem Weg. Ich bin hier schon angezogen, gesattelt. Habe schon Proviant dabei und bin hier voller Tatentrank. So kommt das hier rein. Genau. Das ist übrigens das Tarot Mucha. Hier ein wunderschönes Deck, auch vom Losgarab-Beho-Verlag. Hier arbeitet jemand an seinem Glück. Hier arbeitet jemand an den Möglichkeiten. Hier haben wir den. Er zeigt sich gerade nicht. Kann auch sein, dass dieser Mensch sich gerade ein bisschen zurückzieht. Hier ist ja auch vielleicht kommt, kurze Nachricht. Und dann hörst du wieder eine Weile nichts mehr. Im Hintergrund haben wir die Kirche. Das steht wieder für die, ein bisschen das göttliche, schicksalshafte Einmischen. Manchmal passiert ja schicksalshaft was, wo du erstmal denkst, oh so ein Scheiß. Oder warum passiert denn das jetzt? Manchmal ist es eine Vorbereitung auf etwas Größeres oder dich vorzubereiten. Innerlich, seelisch, körperlich, geistig. Manchmal muss auch etwas erstmal hier abgearbeitet, abgeschlossen werden. Vielleicht auch von deinem Gegenüber. Wir haben hier wieder den halbnackten Mann. Hier ein bisschen mit so einer Bettler-Kittelschürze, also ein Arbeiter-Handwerker. Ganz in die Arbeit versunken. Man sieht auch sein Gesicht nicht. Kann auch sein, dass du hier deinen Gegenüber, wenn du für jemanden schaust, gerade gar nicht so oft siehst. Oder er sich dir gerade nicht in der Seelenebene zeigt. Das hat nicht unbedingt was mit Ablehnung zu tun, sondern weil dieser Mensch gerade hier einen Plan spielt. Oder gerade auch sehr in seiner Arbeit, in seiner weltlichen Aufgaben vertieft ist. Oder hier gerade irgendwie alles Mögliche organisiert, damit es hier eben weitergeht. Vielleicht auch mit euch. Dieser Mensch, vielleicht auch du, bist gerade hier im inneren Schaffensprozess, an der Seelenarbeit. Die Münzen, wir haben die Pentagramme drauf. Und nochmal so für einige, die das nicht wissen, so rum ist dieses Pentagramm, das ist ja ein sehr starkes Schutzsymbol. Wenn ihr das irgendwo so rum seht, mit den zwei Hörnern nach oben, dann haben wir es hier mit so einer eher dunkleren Magie oder satanistischen Energie zu tun. Manche denken, auch ein schönes magisches Symbol. Wenn es aber so rum ist, dann guck ein bisschen, dann bist du ja nicht auf der hellen Seite, sondern auf der schwarzmagischen Seite. Nicht, dass ihr das mal verwechselt. Wichtig, wichtig. Hier ist es ein, weil es sich hier nämlich gerade hier verkehrt rum zeigt. Genau, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, dass es hier bei manchen auch sein kann, dass hier jemand eben auch schwarzmagisch an deinem Gegenüber gearbeitet hat. Mit, hatten wir alles schon, Herzöffnung etc. Ich halte davon nichts. Aber, na gut. Kann sein, dass hier jemand aber sich gerade ein bisschen wegbunkert, weil dieser Mensch gerade in einem sehr tiefen emotionalen, seelischen Transformationsschaffensprozess ist. Hier haben wir nämlich auch die fünfte Kelche. Das ist ein bisschen eine Verlustangst. Vielleicht hat jemand gerade mit, oder auch du, mit emotionalen, seelischen Verlusten zu tun. Wie hier, da haben die den kahlen Baum im Hintergrund, die fallenden Blätter. Das geht jetzt die nächsten Wochen los. Da wird etwas losgelassen. Vielleicht bist du auch gerade dabei, jemanden loszulassen. Kann auch sein, dass du hier schon seit Ewigkeiten an dieser Verbindung arbeitest. Immer wieder mit Angeboten auf diesen Menschen zukommt. Und der sagt immer wieder, oder sie, ach nee, lass mal, oder es geht ja eben doch nicht. Dann ist es ja eben wirklich gerade Zeit loszulassen. Es kam ja erst schon rein, dass die geistige Welt auch manchmal dich vorbereitet, damit du eben frei bist für etwas Neues oder Größeres oder eben einfach was, was viel besser zu dir passt. Genau. Gerade karmische Lernpartner, da ist die Anziehungskraft auch wahnsinnig groß. Und man denkt manchmal vielleicht, oh Gott, das ist ja so eine tolle Liebe und das passt ja. Und wir haben dann so eine tiefe Seelenverbindung. Und am Ende ist es dann doch ein Aufarbeiten von alten karmischen Verlusten oder ein Ausgleich von karmischen alten Leben, was noch nicht im Ausgleich ist. Dieser Mensch braucht gerade Schutz. Das bist vielleicht auch du. Sie hat zu dir so schützend dieses Ganzkörpertuch hier um sie schmeißen. Sieht aus, als wenn sie darunter nackt ist. Hier wird jemand gerade in einem seelischen Schleudergang vielleicht sich befinden. Da kommen gerade ganz viele Wunden hoch. Das habe ich letztens schon gesagt, dass hier gerade die Energie, die hier so reinkommt, so wahnsinnig viel von diesem alten Urschmerz hochholt. Auch Ahnenthemen. Ich sehe es auch immer bei den schamanischen Seelenreisen, wie viele alte, wahnsinnig heftige Ahnenthemen sich jetzt momentan zeigen. Also Mord und Totschlag. Klar, wenn das in der Anreihe drin ist, dann kann das natürlich auch dich noch beeinflussen. Und da geht es hier raus. Zwei Kirche stehen noch. Also die Liebe, die hier für dich vorgesehen ist, die siehst du vielleicht gerade nicht, weil du guckst hier oder sie guckt oder dein Gegenüber guckt gerade nur auf diese verlorenen, verschütteten Gefühle und Kirche. Vielleicht wieder verschüttete Lebensmühle, wieder verschüttete, vergeudete Gefühle. Für nichts und wieder nichts. Aber die zwei der Kirche sind ja die Liebenden. Das ist ja die wahre Liebe. Die stehen hier eigentlich schon bereit. Greifbar sogar neben dieser Frau oder Mann. Nur dieser Mensch sieht die noch momentan nicht, weil vielleicht bist du ja auch noch auf jemanden fixiert, der dir aber gerade überhaupt nicht gut tut. Kann auch ein Narzisst sein, ein Egozentriker oder einfach eben ein karmischer Lernpartner. Wo es jetzt tatsächlich Zeit ist, hier loszulassen, damit hier jemand in dein Leben kommt, hier über die Brücke im Hintergrund. Das ist schon für dich vorbereitet. Da kann jemand rüberkommen. Hier haben wir das Wasser, das Gefühl. Es ist auch da. Ja, du kommst aber vielleicht gerade nicht ran oder auch dein Gegenüber, weil vielleicht dieser Mensch gerade noch dabei ist, jemand anders loszulassen oder du. Das kann auch sein. Wir haben ja den König der Fische, wollte ich gerade sagen. Also vielleicht hast du es ja auch mit einem Angler zu tun. Der König der Kirche. Ein sehr bewusster Mensch, ein sehr spiritueller Mensch vielleicht sogar. Also man muss jetzt nicht hier mit Klangschau rumschwedeln, sondern es kann auch sein, dass dieser Mensch einfach sehr feindsinnig ist, sehr viel mitbekommt. Dass dieser Mensch einfach sehr, sehr gespürig ist, auch fühlt, was gerade reinkommt. Dieser Mensch fühlt auch, wenn du für jemanden schaust, wie es dir hier geht. Es kann natürlich auch sein, du bist ja in einer Beziehung oder in einer Ehe. Auch dann weiß dieser Mensch schon auch immer, wie es dir geht und weiß auch, was du hier gerade vielleicht für Verluste und Entbehrungen gerade mitmachst oder für traurige Themen. Das weiß dieser Mensch. Kann sich vielleicht aber gerade nicht so um dich kümmern oder da gerade nicht so drauf eingehen. Weil dieser Mensch jetzt gerade selber hier an seinen Themen arbeitet, hier was vorbereitet, vielleicht wieder ein neues Projekt für euch oder eine neue Aufgabe oder eine Veranstaltung oder eine Feier oder was weiß ich oder Arbeit. Das kann auch alles hier für eine Arbeit stehen. Das ist ein Ritter. Das ist ja auch im Auftrag des Königs hier. Der hier vielleicht auch auf der Arbeit gerade sehr, sehr viele Sachen zu tun hat. Das kann auch alles wieder für dich stehen. Du bist hier gerade in einem wahnsinnigen Schaffensprozess. Schön ist, dass er sich hier von dem umgetretenen Pentagramm wegbewegt. Wenn hier jemand manipulativ an dir oder an jemanden arbeitet, dann darf das hier auch rausgehen. Das habe ich jetzt schon öfter in den Zielenreisen gesehen, dass da eben schwarzmagisch auch manchmal an den Feldern gearbeitet wird. Das kann man lösen. Ist immer wieder schade, wenn sowas passiert, aber manche Leute sind halt so. Hier geht es vielleicht auch zu neuen Ufern, neuer Reise. Hier haben wir ein Schiff im Hintergrund. Da spritzen ja die Bugwellen durch die Kante. Das Gefühl schäumt ja über. Also hier ist jemand, der Fisch springt ja fast in den Topf rein. Also hier möchte jemand endlich diese Gefühle, die ja zu dir da sind, die aber gerade vielleicht nicht so gesehen werden können, weil hier eben zu viel andere Sachen zu tun ist. Manche haben ja einfach auch Stress auf der Arbeit oder sonst wie, oder in Familie mit vielleicht auch Pflege von Eltern und alles so Sachen. Das kann alles gut sein. Dieser Mensch möchte hier endlich liebevoll wirklich in die Tatkraft mit dir kommen. Hier arbeiten an einem großen, sehr großen Chance, ein sehr großes Projekt, was wahnsinnige Stabilität und Freude und Fülle bringen möchte. Also hier ganz viel Gefühl auf jeden Fall mit dabei. Und das ist ja wieder die Schaffenskraft. Hier haben wir wieder den halbenackischen Arbeiter. Der hier an der Kathedrale sieht aus wie ein gotischer Kirchenbogen. Wieder die Chancen, aber wieder die positiven Chancen. Wir haben das richtig rum, sag ich jetzt mal. Die drei der Münzen. Hier guckt noch jemand in die Pläne. Sieht ein bisschen aus hier wie Leonardo da Vinci, der hier die Kathedrale erschafft. Manchmal braucht es eben noch ein bisschen Planung und manchmal muss man eben nochmal gucken, wie kann ich das hier am besten planen. Aber im Hintergrund, auch die geistige Welt arbeitet schon für euch und führt es hier tatsächlich schon aus. Hier haben wir nochmal wie so ein paar alte Schnüre in die Vergangenheit. Da zieht vielleicht noch jemand an den Menschen, da wird es mir gleich ganz übel, für den du schaust, wenn du für jemanden schaust. Aber das Schöne, da dreht sich auch dieser Mensch wieder weg und konzentriert sich jetzt hier auf die Blume, auf das Neue, auf die Erschaffung des Schönen und des Göttlichen und des Wahren und Reinen. Das wird jetzt immer mehr werden. Lügen werden sich nicht mehr lange halten, Manipulationen, Ego-Themen werden sich nicht mehr lange halten. Das steht für dich und auch für andere, für alle. Alles, was im Ego ist, das wird jetzt alles weggebügelt. Wundere dich nicht, wenn es dich hier im Schleudergang durch die Kante wurschtelt. Da werden eben gerade ganz viele Ego-Themen transformiert. Je mehr du etwas loslässt, desto mehr kommst du auch wieder aus dem Trauertal raus. Und dann möchte ich hier die Ländigen Saut. Hilfe, hier kommt ja was ganz Krasses rein. Also möchte ich hier die göttliche Welt, die ein unglaubliches Geschenk, einen unglaublichen Segen anbieten. Die Frage ist, siehst du das? Kannst du es nehmen? Siehst du die wahre Liebe, die hier neben dir steht? Oder guckst du hier noch auf die verschüttete Lebensmüh? Da ist es jetzt gerade daran, für viele und alle wieder in die Intuition zu kommen, in das Gefühl und eben nicht manipulativ irgendwas wirtschaften oder erzwingen zu wollen, sowohl emotional als auch weltlich, sondern hier gibt es gerade ganz viele Umbauten, sage ich mal so, in allen Welten und Ebenen und Paralleluniversen. Das ist gerade gigantisch, was sich hier gerade alles verschiebt und neu justiert. Nicht umsonst haben wir die ganzen Vulkanausbrüche und Feuerüberschwemmungen. Also es reinigt sich gerade in allen Tiefen und Ebenen und sichtbaren und unsichtbaren Welten. Auch in der Anderswelt, wo man eben schamanisch ruhig die Reisen mache. Auch dort wird viel transformiert. Wir haben hier das Tor der Möglichkeiten. Dahinter sieht es aus, als wenn es hier in so einen Park reingeht, vielleicht so ein romantischer Lustgarten, kommt hier gerade so rein. Traust du dich durch diese Tür zu gehen? Traut sich der Mensch diesem Ruf des Schicksals, dieser göttlichen Hand mit diesem göttlichen Angebot oder den hochschwingenden Energien, was hier zu dir kommen möchte? Traust du dich, diese Energien anzunehmen? Traut sich dein Gegenüber, diese Energien anzunehmen? Auch wenn hier gerade noch viel gearbeitet wird an eigenen Themen, ist doch hier schon die Erkenntnis da, dass hier endlich das Gefühl wieder gelebt werden möchte. Und auch die Träume ausgelebt werden, die Wünsche, die eigenen Sehnsüchte und Herzenswünsche wollen hier gelebt werden. Und diese bieten sich hier tatsächlich auch durch die geistige Welt dir an. Und je mehr du hier an alten Ego-Themen oder hier irgendwas versuchen, was gar nicht für dich vorgesehen ist, festhältst, desto schwieriger und trauriger und dramatischer und nerviger und quälender wird es für dich. Wenn du aber hier dem Ruf des Schicksals folgst, dann möchte hier eine unglaubliche Stabilität kommen, ein ganz ernsthaftes, stabiles Fundament und eine Zeit der Ernte. Also wir haben hier die reifen Trauben, die geschmückten Weiber, Mädchen, Kinder, was auch immer, vielleicht auch eine Gemeinschaft, eine Familie, Patchwork oder eine Neugründung. Also hier möchte etwas sehr Stabiles kommen, vier Pfeiler, also da kann man schon fast ein Haustor drauf abbauen. Es sind nicht nur drei oder nicht nur zwei Möglichkeiten, wo man so ein Tor, wo man durchgeht, sondern vier Stäbe ist schon etwas sehr Stabiles und für viele auch sogar in Richtung Familie, Gründung oder auch bei einigen wird auch hier in Familienthemen, vielleicht hast du eine Familienthematik oder Geschichte, die sehr anstrengend ist, sehr schwer ist und immer wieder dir Kraft raubt hier. Auch da, wenn du hier deinem Gefühl folgst und nicht mehr dich hier verbiegen lässt, dann wirst auch du hier endlich in deine Stabilität, in dein Fundament wiederfinden und deine wahren Herzenswünsche leben dürfen. Das ist ja wieder eine Wahnsinnsenergie. So, jetzt frage ich nochmal, was dein Gegenüber hier fühlt. Dieser Mensch hat Angst, dass du hier schon wieder jemand Neues hast oder dass er dich vielleicht schon verloren hat oder sowas oder vielleicht hast du hier einen Menschen, der hier für dich vorgesehen ist, aber da schwänzelt schon jemand vielleicht schon um den heißen Brei rum und wartet schon, dass dieser Mensch hier frei wird oder sich auf dich bezieht. Dein Herzensmensch hat hier wahre Liebesgefühle für dich, hat dich hier fest umschlungen in seinem, ihrem Herzen, in Gedanken auch schon, ist dieser Mensch schon bei dir, dieser Mensch vermisst dich. Wow, auch süß, hä? Wahre Liebe und das Vermissen. Wir haben hier noch das Schiff. Das Schiff, das Schiff steht immer für Sehnsüchte, es steht auch für mich irgendwo für eine schicksalshafte Entwicklung, für eine Aufgabe, wo das Ergebnis vielleicht noch in weiter Ferne liegt, wenn man jetzt hier nach Amerika früher aufgebrochen ist, da ist man auch nicht nach dreimal Stunden da gewesen, sondern da ist man eben sechs, acht Wochen gefahren oder noch länger und mit Auf und Abs, dieses Schiff steht auch für Sehnsucht, vielleicht seid ihr auch ein bisschen voneinander entfernt, vielleicht andere Länder, Kontinente, Städte, Dörfer. Es ist eine gewisse Sehnsucht, die dieser Mensch für dich hat, das steht ja hier schon, ich vermisse dich. Wir haben hier noch den Fuchs, das passt hier zum Rivalen. Es kann gut sein, dass sich hier jemand noch zwischen euch stellt, das kann ja dein Partner oder Kollegen oder irgendwie Leute sein, das kann auch manchmal ein Vater sein oder falsche Freunde oder eben Menschen, die hier manipulieren, daran arbeiten, daran rumvorwerken. Aber das Herz möchte sich hier nicht aufhalten lassen davon. Es kann sein, dass du hier ein bisschen misstrauisch geworden bist oder dein Gegenüber noch, weil hier vielleicht schon jemand anderes auf dem Plan ist oder so oder hier jemand Kracht macht oder hier an dir schon rumbaggert oder jemand baggert beim anderen rum. Aber das Herz, das ist ja eben offen, also wahre Liebe, das Herz vermissen und die Sehnsucht haben wir hier, jetzt haben wir nochmal den Reiter, ja, herrlich mit der Augenmaske, oder? Also hier werden vielleicht doch noch Masken getragen, der Reiter möchte sich jetzt aber endlich in Bewegung setzen, das hat man hier schon mit dem Ritter der Münzen. Es ist auch eine schnelle Entwicklung, es kann auch sein, dass hier Nachrichten auf dich zukommen möchten, weil wir auch noch den Brief haben, das ist eine doppelte Nachrichtenkarte, vielleicht schreibt ihr euch hier auch schon oder dein Gegenüber überlegt sich jetzt, sich wieder bei dir zu melden. Manche haben das auch als telepathischen Kontakt, kommt gerade rein, manche auch per Telefon, aber hier möchte auf jeden Fall wieder die Kommunikation stattfinden und entweder hast du es tatsächlich mit einer Reise zu tun, die dich hier wieder in die Erfüllung deiner Wünsche bringt, in die Erfüllung deiner Sehnsüchte und Herzensenergien. Es ist hier eine gemeinsame Lebensreise, bei einigen kommt hier auch rein, ihr trefft euch hier nicht ohne Grund, wow, jetzt ist es ja hier, jetzt kriege ich eine kleine Gänsehaut, schaut mal, was hier noch kommt. Der Awar, der Volk und die Ringe, also hier möchte tatsächlich für einige von euch eine Partnerschaft, eine gelebte, greifbare Partnerschaft wieder kommen, ob nur mit dem Menschen, für den du schaust oder bei einigen ist ja auch dieses Loslassen ein Thema, wenn du spürst, ich weiß, das ist jetzt hier wirklich nur noch ein Kampf gegen Windmühlen und es bringt einfach nichts, egal wie um ich das drehe, dann ist es tatsächlich Zeit zum Loslassen und je schneller du da loslässt, desto schneller kommt ja jemand, der es wirklich ernst mit dem meint und der hier wirklich die Ringe schon in der Tasche fast schon hat. Wir haben ja auch die Ringe, das ist so, früher wurden ja Ehen beim Schmied auch geschlossen, da wurden zwei solche Ringe zusammengeschmiedet und das war dann so der Bund, der lebenslange Bund, den man eben nicht mehr trennen kann fürs Leben. Also für manche wird es ja wahnsinnig romantisch, schau dir mal hier die Täubchen an mit dem Herz und Herzchen und Röschen und Krönchen überall und hier der Erfolg, du bist hier seine oder ihre Nummer eins, dieser Mensch hat dich jedenfalls in seinem, in ihrem Herzen schon auf dem Podest, aufs Podest gestellt. Ob dieser Mensch sich traut, dir das zu sagen, ist nochmal was anderes. Wir können ja gern mal auf den Fuchs, auf diese ganze Falschheit, wenn ja jemand drin rumfuscht oder eben noch festhält, der eben nicht dazugehört oder eigentlich nicht für dich vorgesehen ist, dann darf das vielleicht hier noch ein bisschen transformiert werden. Also wow, du wirst hier sehnsüchtig vermisst. Also das ist echt süß. Bei manchen träumt auch dein Gegenüber von dir, das kriege ich gerade rein. Manche stellen sich ja noch nicht so akut persönlich ihren Herzenswünschen, sondern unterdrücken das. Da wird jetzt die geistige Welt aktiv. Wir haben ja hier die, also Ast der Münzen, wo das Göttliche ein Stück weit eingreift, vielleicht auch hier durch Träume, Visionen, telepathische Einflüsse, Nummern, Schulter, Doppelzahlen, Seelen, sonst was, Seelenpartner-Geschichten kommt hier auch rein. Oh Gott, das ist hier ganz, boah, so Herzromantik. Kommt hier ganz, also das ist auch ein Mensch, der, wenn dieser Mensch ein Herz öffnet, dann kann er ganz, ganz tief fühlen. Ganz, ganz tief, liebevoll fühlen. Und ihr habt hier vielleicht wirklich eine gemeinsame Seelenreise. Das Ganze kann schon ein bisschen dauern, weil hier haben wir noch so Schiff. Aber du bist ja, würde ich sagen, auf einem guten Weg. Guck nochmal, dass du alles loslässt, was ja nicht mehr zu dir gehört. Und dann möchtest du hier vielleicht in den Hafen der Ehe, bei manchen kommt das gerade so rein, ich gebe es einfach weiter, hier sogar schon einfließen. Okay, ihr Schönen, ich nehme die Liebe an, ich lasse den richtigen Partner in mein Leben. Wenn du dich traust, darfst du gerne unter dem Deck mal, unter dem Video kommentieren. Dann rufen wir jetzt den Erzengel Schamuel, dass der hier eure Wünsche mal aufnimmt und adaptiert und ins Universum verstärkt aussendet. Zum Wohle aller. Ich danke dir jetzt fürs Zuschauen, fürs Abonnieren, fürs Kommentieren. Ich freue mich recht riesig, wenn ihr mir euer Vertrauen und eure Abos schenkt. Wir machen hier nochmal eine kleine Räucherung, weil hier doch auch einige ein bisschen im Schmerz sind. Schmerz reinigt, Tränen können auch reinigen. Ach, ihr Schönen, ich bete von Herzen für euch, wünsche jetzt alles, alles Liebe und bedanke mich für eure liebsten, wunderschönsten Kommentare und ja, dass ihr mir so treu zur Seite steht, das bewegt mich wirklich immer wieder. Ich danke dir von Herzen. Bis bald, eure Schamanna.